so da sind wir wieder mit einer weiteren folge aber verfügbar ein bisschen mit einer weiteren folge polizei angebau kansas ist immer noch da auch nur folge voller regen trauerspiel hatte gehofft jetzt go straight we don't we don't I gotta tell you but I wanna wait Never thought their feelings could disappear Oh, what is EC6? Wider sorry, never feels sincere But you gotta hear Mother's eyes They faded fast and then we dripped the wire Too many times I told you I believed I believe there is nothing left for me Left to see It's impossible I can't seem to let you go I try, I try, I try to reach you It's so difficult I can't seem to let you know I'm sorry, baby Gonna have to let you down Better not to let you down Better not to let you down Out of love Out of love foot cance Connect You can't get to track There is only on the right level ホダο Let's Look at my Spur foot mixed There is Warum will er hier auf? Oh come on! Richtige Genizia! Oh, es ist vorbei, endlich! Oder? Nee, noch nicht. Nee. War nicht gerade kein Ring? Ach, ich bin doch. Ja. 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 Faite. Ja. 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 Ah ja. Ja. Ja, ich schaffe das, was ich nicht mehr. die 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 durch die 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 Dann wird der Fluss nur hier, wie hier das kleine D gebiet ist, glaube ich, und die Strasse geht hier hinten drüben und hier raus, und hier drüben drüben und hier drüben drüben. Aber hier muss sie eigentlich einfach durchgehen. Hm, super wird. Oder habe ich gerade den Stratenverlaufheißung gehabt. Ich bin jetzt überhaupt nicht geholen. Ich habe hier schon geholen. Ich bin jetzt nicht geholen, oder? Ich bin jetzt echt eng. Ich bin jetzt einfach geholen. Ich bin nur die beiden. weißt du der weiße fährt erst mit den LKW ran und wird dann wieder langsamer, nur damit er genau lieblich bleibt dann drehen wir den schon ab, blicken die ganze Zeit und was war der rote, wir kommen auf uns nicht gut da wo wir ihn wollen echt ein geniet streichen ein geniet streichen die autobahn ja und natürlich baubwerk aber aber wunderschön wir müssen auch Tanken fahren oh, wir sind nicht still nein 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 wir haben schon wieder die Straße also der Wurm unter der Straße so weit unter der Straße platziert weil das ist ja hier alles automatisch also du hast halt Terrain, was du verlegt und dann verlegst du halt Straßen beziehungsweise bei SCS ist es sogar so dass das Terrain an der Straße anflutzt direkt also wenn du halt die Straße irgendwo lang verlegt dann hast du direkt Terrain aber du kannst halt auch so Terrain verlegen beziehungsweise da waren die Straßen und ja das war das halt Terrain an der Einstraße alter ist das eine Nachte Fahrbahn ich schwimme ja hier richtig das war hier mit Decke alter alter was ist eine Schwimmpartier oh shit Aquaplanik vielleicht auf jeden Fall war grad ich hatte mal durch die Straße die da rechts von uns war deren Liegesterrain war halt bei uns unter der Straße das ist ja der 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 Das ist so schön. Ja, Mann. Da sieht man in den Rückspiegeln rein, nämlich in den Regen, also nicht nur in, oh ernsthaft jetzt, also nicht nur in den Overhead, äh, 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 und Display-Screens, die ich da, sondern auch in den reellen, ich bin auch nicht verbetrieben. Ich glaube, ich fahre zusammen. Ich werde wieder so ausgeschnitten, wegkommen hier. Es wird sich weiter vor, bis auf die Kurse hinzukommen, von daher. Jetzt sind schon die Ringwölfen vorbei. Doch ist ja doch der Ring gleich raus hier. Ich glaube, bei der nächsten Pampke wollen wir auch nicht da reinfahren. Nein, aber dadurch, dass wir jetzt die Beliftachse haben, haben wir auch noch ein paar. Jetzt muss doch ein 220er Tank. Schatz mit 300er. Da ist es so hell. Klarer Himmel. Ich denke immer noch. Das ist so schön. Ich denke immer noch, wie es geht. Ja, ich denke, das wird die Handlung gepflegt. Und dann, du! ich habe jetzt mal im regentieb nicht in juni geschafft Oh, das ist noch ein Wettbewerb. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Cause this time you crossed the line Cause this time you crossed the line Funny how the tables turned Didn't think I'd go this far, but here we are, the end Now you're just a lesson learned A slowly fading memory, so I can breathe again Gain our trust and you chose to break it Ask for truth but you only fake it Thought you said what we had was sacred It's all lies, all lies I was broken and isolated But a sight had the fire waiting Not a word that you say can save it So don't cry Cause this time you crossed the line Cause this time you crossed the line You crossed the line You crossed the line You crossed the line This time you crossed the line Turn left Recompute Vacation Recompute 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 Ich brauche wieder Trümmerkauf, easy. auf seiner arbeitsplatzplatte sind noch siebener spiegarbeit der zeigt uns aber auch an die rettzeit der karton hat sich zu kunden an aber das hat er dir immer nach der aktuellen datenrate an das heißt dass es nun moderne oplagekräftig wird auch katarisch das hat er nicht nur die die ich habe ich habe du bist ich habe ich habe Bei 4K sitzt der FPS, vor allem sehen wir auch in sehr hoher Qualität auf, in der Hoffnung Bei YouTube ankommt, ist ja volle Qualität, aber was denn für euch und die YouTube? Ich muss ja gerade noch 120 Folgen Jetzt muss man wieder meine Arbeitsplatte aufpassen Ich weiß nicht, was ich verstehe, ist ein Speicheraufbruch von 5400 MB Ist das alleine das, was OBS braucht Bei der Gesamtspecherzeit ist dort G-Grill-M bei 27 GB Das heißt, mit dem 5,5 GB, was OBS anzeigt, kann nicht mehr eine Gesamtspecherzeit sein, aber speichermäßig Also kannst du nur noch das sein, was OBS alleine braucht OBS braucht 5,5 GB? What the fuck? Da ist ja viel Arbeitsspeicher Für ein Programm, was letztendlich nichts anderes macht, als ein Video zusammenschneiden in Echtzeit Und das ganze denn encodieren, braucht in der Regel keine zu viel GB Also, wenn es 1 GB wäre, wäre es zu viel Weiß ich nicht Dann kann ich ja gerade so ein bisschen mit den Einzelnen Zum Beispiel die Aktivaktivragen war status inaktive ist klappt auch gleichs mit überhanden da müssen wir auch hingehen um drei stunden das heißt um 19 Uhr da brauche ich wieder die Strasse dicht das kommt relativ gut voran also ich meine jetzt die dritte Folge das geht schon fast zu Ende aber wir haben schon mehr als 800 Meilen geschafft ich meine gut das langsamer als meine anvisierten 5 Folgen eher so Richtung 7 Folgen also das ist auch nicht so gut verdammt ich habe uns hier schon wieder für Kindergeburtstag leider das ist 75 ah jetzt nicht mehr 4 eine 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Keep left. I'm raging, but all I feel is alone. I wanna make you worse, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard build to swallow. I'm extreme. Ich weiß nicht, was ich da? Ich weiß nicht, was ich da? Das war's für heute. 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 Bis dann. Bis dann. Das war's für heute. Bis dann. Bis dann.